Was ist denn hier schon wieder los? Hier wird schon wieder Vampir gejagt. Ihr werdet nicht die Oberhand bedenken. Ihr wagt es, wir zu Zorn. Seid ihr zum Sterben bereit? Ich weiß nicht, wenn ich es muss. Ah, einer hat es erwischt. Doof. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Die Wächter werden über euch wachen. Wer ist das? Rot war drunter. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Ach komm, hau ab irgendwo. Geht einem zu eurer Mutter. Komm, hau ab. Sicher habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Oh, guck mal. Was ist das denn, ey? Komm ich hier. Wirklich dauernd auf diesen scheiß Knopf. Ich habe die ein oder andere Höhe noch nicht. Sehe ich gerade. Das müssen wir mal ändern. Oh, Schellhöhle. Ich meine, das war auch so eine Vampirhöhle gewesen. Oh, hier. Oh, hier. Wirklich, du. Pff, die sehen doch nichts. Nee, das klingt nach Banditen. Das klingt schon eher nach Banditen. Hat er nicht gesagt. Ich weiß noch nicht, hoffentlich befindet sich ein Waldelf unter den Banditen. Aua. Wo ist die Leiche aber weitergerutscht? Da ist Ork. Gute Ortssicht zum Verstecken. Na. Na. Ja, war da. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße, da steht ja direkt einer. Ja, was war das? Wo kommt ihr denn her? Kannst doch wieder liegen bleiben. Das war's schon? Nee, komm. Ja, jetzt kann doch nicht sein, dass es das schon war, oder? Was? Ja, was? Ja. 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 Na, dann halt wieder raus. So, das ist auch eine andere Höhle. Ja. 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 Oh, da sehe ich was ganz, 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 ganz bedrohliches. Ich habe irgendwas aufgescheucht. Was? Wo kommen die denn jetzt her? Alter Vampir, wo kommt der denn her? Ice Hazard, ach so. Oh, okay. Alter. Da kommt sie einfach um die Ecke. So, und ich wollte eigentlich aus der Ferne zwei Klinge wegschießen. Da drüben. Boah, wie viele. Vor allem, dass ich die überhaupt von hier aus sehen kann. Dass ich die überhaupt sehen kann. Einfach so. Ne, püff. Ich wollte gerade sagen, interessiert den dat net? Ich habe mal selbst Hirsches besessen. Joll. Jawohl. Ja. Jetzt noch den Hirsch aus seinem Bann befreien. Ah ja, das ist schon mal ein nice place hier. Hey, ich wollte dich nur mal eben aus dem Bann erlösen. Komm, noch eine Hüte. Tätten wir richtig gut, zwischendrin einfach mal so zu reisen. Das ist für mich persönlich doch schon mal was nice, richtig geiles. Hallo? Kiefernbohundhöhle. Das heißt schon wieder nichts gutes. Kiefernbohundhöhle. Warte mal. War da nicht noch was, wofür ich da hinwurste? Ah, ich glaube das war sogar die Hülle mit den Vampiren dann. Wo ist der denn weggeflutscht? Ja genau, genau, genau. Am allererstes steht hier Wölfe. Und dann kommen die Vampire. Tut mir leid für den Spoiler. Abel, abel. Wow. Was? Ach du Scheiße. Das war vermutlich nichts. Vermutest du? Ja ja, natürlich wusstest du es. Was? Freundchen. Aber welches Vampir esse? Wäre ich ja nicht auch noch infiziert? Eigentlich. Ja. 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 ja vampire hier da gibt es zu denken jemand dietrich Na komm, wieder raus hier. Gut, ich denke sowieso mal, wir verlassen jetzt die Höhle und dann beende ich auch wieder. Längst raus, da. Wohl an denn, Leute. Wir setzen nächste Folge hier unsere Reise fort. Also dann, bis dahin macht's gut.